Ich bin Jin Sakai, Neffe des großen Fürsts Shimura. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen, doch euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe, dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. Dann zeigt mal, was ihr geübt habt. Versucht mich zu treffen. Ja, Onkel. Angriff! Ich bin bereit. Versucht mich zu treffen. Ihr solltet jetzt angreifen, Jin. Kommt näher! Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht fälle. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er ist zurück und setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen, schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Er ist groß, aber ich bin schneller. Ich bleibe außer Reichweite. Warte, bis er müde ist. Fälle ihn dann mit einem Schlag. Gut. Ein Samurai kämpft immer mit Geduld. Und Disziplin. Auch wenn sein Feind unehrenhaft kämpft. Ich denke daran, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlagt schnell zu. Ein schwerer Schlag lässt Gegner taumeln. Dann ein schneller Schlag. Genug. Ich ergebe mich. Ihr lasst mich gewinnen. Keinesfalls. Hättet ihr ein richtiges Schwert, wäre ich tot. Wirklich? Ich würde euch nie belügen, Jin. Versucht zur Abwechslung meine Angriffe zu blocken. Ich werde euch nicht verschonen. Bleibt in Abwehrhaltung. Gute Abwehr. Gute Leistung. Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Wir sind noch nicht fertig. Seid entschlossen. Kämpft euch durch den Schmerz. Gut. Lernt jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife. Wehrt meinen Angriff ab. Ihr müsst parieren, bevor ich zuschlage. Schöne Parade. Gute Leistung, Jin. Ihr werdet besser. Braucht ihr eine Pause? Es braucht mehr als ein Kind, um mich außer Atem zu bringen. Nun gut. Zeigt mir eure Abwehr gegen einen Speer. Weicht meinem Speer aus und führt einen Gegenangriff durch. Gute Reflexe. Ihr habt eine kleine Chance zuzuschlagen. Nutzt sie. Sehr gut ausgewichen. Denkt daran. Ausweichen. Dann Konter. Vorragender Konter. Seht ihr? Ihr könnt jede Waffe, jeden Krieger bezwingen. Danke für die Lektion, Onkel. Wir sind noch nicht fertig. Jin Sakai, erweist ihr mir die Ehre eines Übungskampfes? Ich will euch nicht verletzen. Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn. Wer zuerst fünf Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Hoffentlich mögt ihr Tintenfisch. Sehr gut, Jet. Seid sehr geschehen. Bevor wir essen, habe ich eine letzte Frage. Seit Generationen leben unsere Familien nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Treue zu unserem Fürsten. Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Die sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube... Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen mit Mut, Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jim. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Ach, not her, Samurai! Das ist die Bedeutung von Ehre. Gut. Du hast dein Schwert wieder. Wo finde ich ein Pferd? Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Mehrreiter. Wir sind überall auf der Insel. Wo sind die Ställe? Hinter dem brennenden Bauernhaus. Folge mir. Wir schleichen uns an, schlitzen ihn die Kehl auf und töten sie ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex. Still dich, Eindringling! Doch. Und dann! Es ist nah. Wir können nicht alle rennen. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht. Mehr Wachen. Keiner darf entkommen. Danke, mein Herr. Es hieß, alle Samurai wären tot. Könnt ihr euch irgendwo verstecken? Im goldenen Tempel soll es sicher sein. Geht. Meidet die Straßen. Und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich... Ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Ich werde dir helfen nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Der Stall ist gleich vor uns. Gehen wir zu den Pferden. Das sind Samurai-Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Ganz ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Kade, bohren aus der Dunkelheit. Kade, bohren aus der Dunkelheit. Oh, Kaneda. Dein Onkel ist da drin gefangen. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Kutun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer. Demütigte meinen Onkel. Schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, wie deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, bis ich sie erledigt habe. Ich komme wegen Fürst Shimura. Das werden sie im ! Etno! Gut gemacht. Sag das nicht so überrascht. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Die Kohlen haben sie am Strand abgefeuert. Ich bin bereit. Vorsicht! Los weiter! Wir können nicht zurück! Wir können nicht weiter! Ich muss. Geh zurück! Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu! Wenn ich nicht bald zurück bin, weiter in den Wald! Ja! 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 Oh! Ja! 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 Das ist doch sehr, bis dann! Fasson, Dasha! 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 Die ganze Insel ist hier, um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. Ja. Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und, Onkel? Das wird er euch sagen, bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yuriko. Solltet ihr je Hilfe brauchen, ist der Adachi-Clan für euch da. Eurem Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb. Nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Er ist immer bei euch. Er ist immer bei euch. Morgen kommt ihr zu meiner Festung, als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater. Er ist immer bei euch. Er ist immer bei euch. Vater, wie rette ich ihn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017